Alter, noch ein grünes Glücksfragment, ich liebe es. Wenn die so kommen, habe ich auch keine Probleme damit. Oh, ich dachte, das sind die geile Schnitte, das ist sowieso. Nachdem wir unsere Muscheln glorreich verballert haben mit irgendwelchen Figuren, geht es jetzt weiter und wir werden uns mal ein bisschen weiter hier umgucken. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass wir diese Figuren machen müssten. Also mit Hilfe von Hades natürlich, die hat gesagt, die müssen alle machen, weil 100% und so. Wird also ziemlich, ziemlich witzig werden, mehr oder weniger schwierig. Aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Was ist? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt. Störe jetzt meine Forschung nicht. Jetzt ist ein ungünstiger Moment. Ah ja, okay, entschuldige. Was bist du eigentlich für einer? Hallo? 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 Alter, der will mich ignorieren oder was? Ich bin besonders gut in Minitendo. Was? Ist dieses Minitendo das Ding hier unten? Wahrscheinlich. Gut, aber mehr können wir auch gar nicht machen. Das ist ja ziemlich interessant. Halt doch, warte mal Wir konnten beim Professor jetzt nichts verschieben Das ist schwierig Halt, stopp, halt, stopp Ich habe gesehen, du wolltest noch ein Fragment Ja Wenn du dich gleich mit einem Mini machst Vielleicht können wir das Spiel ein bisschen austricksen Aber nur vielleicht Wie würdest du das Spiel austricksen? Wir gehen einen anderen Weg Als wir den müssen Also wir müssen gleich klein werden Mal gucken wir mal, ob es klappt Und ja, die Aufnahme läuft Ich habe es gesehen Und lol, da oben ist auch noch eine Hütte Ja, ja, da wollte ich gerade hin Der Handwerksmeister ist ziemlich Ungehobelt Aber er ist ein feiner Kehr Oh, bisher habe ich keinen Stress gefunden Der hat aber tolle Teller da oben, ne? Ja Knüpfe einfach nur So, mit dem kleinen Achso, kommen wir ja hier lang Müssen wir hinten raus So, was wolltest du schummeln hier? Geh mal jetzt rechts rüber Einfach nur gucken, ob es klappt alles Dann nochmal nach unten Rechts über die Brücke Ja Vorsicht, die kann die auch angreifen Nach oben Der Katze? Ja Oh, guck mal, dass du auch noch in das Haus Wo du rein kannst Ja, ja, ja Aber ich meine Geh mal weiter nach oben Mhm Ach, guck mal, da kannst du hochklettern am Seil Da rechts Was? Rechts ist so eine Ranke An der Wand Da kannst du hochklettern Ach, da Vielleicht kommen wir so Zum eigentlichen Ziel Wie zum eigentlichen Ziel Links, genau, genau Ähm Es gab ja dieses Rätsel Wo wir mit dem Wasserfall Ach, scheiß Du kannst ja nicht lang Okay, weil du musst genau auf die andere Seite Dieses Weges Ähm Weil der meint ja irgendwas mit dem Wasserfall Dass du da langen musst Und, ähm Oh, Leute, kannst du jetzt aufreuen Ja, gut Ich habe jetzt gedacht Das geht damit Aber leider nicht Uh Okay, das ist mega nice Guck mal, Leute Nintendo Schenkt ja immer was Also alte Spiele Naja, wenn man sich ein bisschen umschaut Definitiv So, aber die Stadt hat ja noch mehr zu bieten Wir hatten ja unten jetzt eben gerade noch Äh, was ihr habt Und das war da In dem Haus So, warum können wir hier hin Oh, Digga Danke Lol, was? Jiii Junge, du musst mal hier aufräumen Was ist denn los mit euch? Stinken faul wegen aufräumen, oder was? Kann ich ja gar nicht akzeptieren So schlimm wäre ich hier noch nicht mal Warte, ich helfe euch mal, ne? Oh, guck mal Brot und alle drum und dran Wir werden ja nicht wissen Wie alt diese Sachen da oben schon liegen Das Brot von Krümel Ist das Beste In ganz Hyrule Ist wahrscheinlich der Einzige Der, äh, Brot macht Noll Merke, man sollte nicht runterfallen Könnt wehtun Ich bin wieder da, Leute Kein Problem Kein Stress Ist nichts passiert Hier sind Knöpfe Wie kommen wir jetzt Da rüber Gab es nicht noch Noch einen Eingang? Andere Seite, ja Ja, stimmt Andere Seite Also das ist das Einzige Was mir noch einfallen würde Kann sogar sein, ne? Ja, ist es auch Das riecht aber gut Brot da unten Kann ich mir vorstellen Alter, wie kann man Das Ding hier nach oben schleppen? Ja, die haben sich gegönnt, Alter Merke ich Wir lieben Brot Großer Rubin Und wir haben schon wieder Zu viele Rubine Wir müssen mal kurz einkaufen gehen Wir sind einfach Zuwitsch Kannst dir mal aus Interesse halber So ein Brötchen mal kochen Ach, guck mal Du kannst sogar rechts wieder raus Rechts wieder raus? Also unten rechts Achso, ja, ja, ja Da bin ich ja reingekommen Oh, okay Gab es ja, weil ich kenne einen Eingang mehr Es war alles Okay, wir müssen uns jegliche Orte Hier nochmal anschauen Hey, Hund, willst du irgendwas? Ne Du hast keine Wünsche Lol, kannst du vielleicht unter den Geist durch? Ja, Buu Buu, cheat it Der will uns nicht durchlassen Uh, frech von dir Ist das nicht der Einkaufsladen hier sogar? Ne, ist das nicht Ah, guck mal Der will noch was Och, nö, Leute Also die Tiere und alle nur das Das ist ja seltsam Das ist halt echt so Wir müssen Farben gehen, Hades Looooooi Voll die Idee Du kannst ja diese Flammen auspusten Und dann kommst du auf diese Seite wieder raus Heißt, du musst erst mal wieder groß werden Dann machst du den Krug da Oh mein Gott Andersrum und so Ah, Leute Sagt uns doch mal Weil wir wirklich intelligent sind Wir sind KLUK Dazu müssen wir aber erst bei uns wieder umändern Was natürlich nicht auf diese Seite geht Sondern auf der anderen Seite der Straße Hallo Kätzchen Miau Ich hab das Gefühl Die Katze hat Bock auf kleine Wesen Katzen sind echt dreckig, ne? Die wollen immer die Kleineren angreifen Ja Ich glaube, wenn du noch mal ran gehst Haut sie dich Und guck mal, wenn ich groß bin Denkt sich die Katze Miau, miau, miau Ja, ja, ja Ich merk schon Katzen Die sind alle frech Wir kennen euer Muster Warte, kann ich das nicht alle ausblasen? Hö? Also, ob das nicht geht Okay Ich muss das vielleicht mit dem Minish-Zeugs machen Mit dem was? Mit dem Minish-Zeugs Also hier mit dem Force vielleicht Achso, warte mal Wir haben jetzt einfach nur hier eine Abkürzung gemacht, ne? Hm Okay, 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 okay Schade Ich dachte, das geht aus Aber wir können trotzdem mal kleiner werden Wir brauchen ja den kleinen Move noch Nein, du sollst umgedreht bleiben Anzieh vielleicht unter dem Waschbecken da rein Da, den Waschbecken Oh, du meinst da? Ja Ja Ne Oh, schade Was machst du, Link? Ich hab doch nix gedrückt Ich hab jetzt mal wirklich nix gedrückt Ja, du bist in die Nähe hingegangen Dann hat das Spiel gedacht Du bist wieder zurück verwandelt Ja So, das hatten wir schon mal Da oben kommen wir noch rein Weil Da müssen wir dort vom Café aus rein Hm Jetzt ist die Reise aber auch zu Ende Auf der Seite Hm, alter Boah Wann? Ich dachte, der Postbote trete sich jetzt platt Das wär witzig Also nicht für Link, aber so Wie noch die Katze? Ne, ne Ach, lol Die Katze hat sogar ein Fragment Ja, Christian, der Katzenrassist, ne Der hat was halt Was? Du hast gesagt Oh, ne Goldne Tur Ich hab mir die ganze Zeit gesagt Geh hin, ne Aber eher weil Die schwach gemacht Oh Gott, der hat mich jetzt wirklich breit gelatscht Habt ihr genau gesehen Der wollt mich Ach, das war ja die Ebene Wurde nicht Aber selbst glaube ich Das bringt dann nix Als Erwachsener? Oh mein Gott Da ist eine Treppe An die Treppe habe ich nicht gedacht Ja, ich wusste sonst nicht Wie man hochkommt Es duftet ja wunderbar Oh, ist das hier oben auch ein Restaurant Der Dings gerade gehabt Was hat er? Die rote Mütze Der Wind Äh, der Waldminnig Gefällt mir Ja, hat er Oh, wir müssen grüne Fragmente farben Die blaue Mütze Der im Stadtminnig Gefällt mir Das ist schön für euch In der Stadt ist richtig was los Da sind alle so schick hier Moment Ich wollte sagen Oben links war noch ein Händler Glaube ich Der da Die Waldminnig sind gerade zu Besuch Nein, ist kein Händler Schade Ne, da geht ohne lang Also ich fahre jetzt nicht mit Absicht runter Schade, dass du nicht ins Glas dieser alten Profilen kannst Und dann trägst du dich in den Lohn weg Sie hat den Link umgebracht Das ist ja so geil Ich glaube hier oben müsste mal geputzt werden Guck mal, du kannst da unten zum Laden hin Jetzt stimmt Lass mir aber erstmal hier die Truhe holen Der kann sich den Kassierer umbringen Und sein Geld schlauen 10 mysteriöse Muscheln Langsam hasst du die Muscheln trotzdem immer noch Jo, was ist das, Alter Eine dicke Biene Guck mal, hier ist ein Bett Aua Du kleiner Lurch Säunde Komm, ich schlag ihn von hinten Nanu, ich könnte schweren, dass ich jemanden hier gehört habe Ist wohl nur Einbildung Eine Einbildung ist auch nur eine gute Bildung, ne? Töte ihn, töte ihn Schade Nanu, das ist doch jemand Auf einmal bist du hinter mir So geht das nicht Einfach hier reinkommen und mich erschrecken Und was bringt das mir jetzt? Bring mal von hinten Weil irgendwas bringt das auf jeden Fall Bring her, was du kaufen willst Kaufe sonst bereust es später Okay, ich glaube auf der Seite wird irgendwann mal ein Item sitzen, was du brauchst Weswegen du da auf dieser Seite bist Wow Also hat es uns jetzt nichts gebracht Immerhin Naja, ein schönes Gehweg war das gerade Du hast einen Typen fast so tot erschreckt Leider nur fast Immerhin haben wir herausgefunden, wie wir da hochkommen Das war der einfache Weg Ah, das ist ein Glasverein, kannst du von der Frau Alter, hör auf Du kannst dich Link umbringen Ja, Mann Der braucht schon Link, Alter, wenn man ein Hardes haben kann Oder Christian Ah, guck mal da musst du hin Ja Ich sehe Ich habe das gerade gesehen Ach ja, von oben kommen wir runter Ja, okay Dafür müssten wir die ein Fragment für den Hund haben Schade Wieso? Ah, um durchzukommen Ja genau Weil Der Typ lässt das nicht durch Der nette Hund meinst du? Ja Dann heißt es wohl jetzt Fragmente farm Peter, Leute Ich bin ja nicht so assozial Ich habe gerade mich zurückgehalten Man hat es nur fast an deiner Stimme gehört, was du sagen wolltest Was ist zu gelogen? Okay Das heißt, wo hier Krass irgendwann abbauen Weil dadurch haben wir ja 100 Stück bekommen Oder du gehst erst mal zu Da wollte ich gar nicht hin Oder du gehst erst mal zu den Orten, die du jetzt neu freigeschalten hast Wollte ich nämlich erst mal sagen, dass wir erst mal dorthin gehen Und dazu müssen wir erst mal nachgucken, welche Karten wir hin müssen Hier ist ins Unten rechts sogar Hallo Wie auch wirklich mich noch treffen lassen Geh mal nochmal zu deinem Onkel Vielleicht kannst du da ja nochmal Gleich Eine Flasche wollte ich schon sagen Ein Glücksfragment holen Loll Ah, tatsächlich war ich glaube ich hier schon, wahr? Kann es sein, dass ich der Ort war, wo ich schon war? Ja, ja, ja Wir müssen glaube ich hier hin, ne? Wo müssen wir denn hin? Ach, in dem Tal Also wir suchen uns mal hier ein bisschen was gewohnt Ja, okay Hier in der London Farm können wir uns was holen Weil wir wollten ja eigentlich hier oben mal vorbeischauen Hier wo keiner lebt Interessant Wir haben immer noch nicht das Geld ausgegeben Oh, wo fliege Gibt's doch nichts Na, weiß ich nicht, ob der Laden wieder neue Sachen hat Guck mal, da ist eher grüne Fragmente Geil Irgendwie konnte man nochmal nachsehen, was für Fragmente man hat Nein, 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 schade Hochulieb, ja, aber mehr nicht Hallo, nicht abschießen Oh, Alter, krass ausgewickelt Ja, klar Skill muss schon vorhanden sein Alter, noch ein grünes Glücksfragment Ich liebe es Wenn die so kommen, habe ich auch keine Probleme damit Oh, ich dachte, das ist eine geile Schnitte Das ist so So, irgendwo ist hier Wasser Wart mal noch Link ist noch Single Ah, das ist ein Marlon Hier komme ich gleich lang Deswegen kann man sich hier Klein machen Vielleicht kann es sein, dass sie da unter Den Eingang hat Wie soll man ihren dicken Arsch dann wegbewegen Ja, so Da unter ist Verschlossen Wie sagt die Keine Frau Keine Frau, keinen Schlüssel Weil der Vater sie hat Das heißt, wir kommen hier immer noch nie weiter, ne? Doch, irgendwo schon Muss man doch glauben Lebt da kaum ein Pokémon und so So, wir sind im Salia Wasserfall Da, wo wir eigentlich, glaube ich, kinden müssten Ja, theoretisch Und hier holen wir uns Ah, nein Ja gut 200 Robine für nichts Warum Ich wollte mich hier aufhalten Aber ich konnte nicht mehr So, immerhin noch ein Herz mehr Hast du das Spiel frech bei sowas, ne? Einmal mit Profis Sag sie denn echt nichts mehr, wenn du sie Ach, guck mal, da war doch auch was, oder? Ja, da ist der nämlich hier oben zum Ding Ist das der gleich? Ne, das musst du mit Dings kaputt machen Mit Pegasus-Schulen Ah, ja, stimmt Da war was 100 Jahre später, also Das heißt, hier ist der Eingang Wow Wow Ist für Feen Ey, aber du hast keine Feen mehr Ja, ja, ist schon bewusst Problem ist nur Es erheitert mich nicht Extra so einen langen Weg auf mich genommen Und dann ist da nix Komm mal, ich schluck eh ne Fee Eh ne Fee schluck ich Stimmt, geht eigentlich nicht, äh Link trotzdem irgendwie fremd mit anderen Weil Feen sind doch bestimmt auch weiblich Und der schluckt ja Feen, also Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Hades weiß nicht, was ich meine Schade So Es geht weiter Oh Oh, war das für ein riesiger Wasserfall Ein wahrhaft Oberwelt Ich kann einen Anblick Oh mein Gott Hier brauchen wir was goldene Goldene Fragmente sind also auch noch im Spiel hier Gut, jetzt haben wir endlich mal ein paar Fragmente zusammen Jetzt können wir auch dem Vogel und alle drum und dran helfen Es sind zwar nicht so viele, wie wir eigentlich hätten bräuchten Oder, ähm, sagen wir mal so, wie wir hätten farmen können Ich glaube, wir haben drei Stück jetzt gefarmt Einfach damit wir den Vogel und den Hund helfen können Die anderen fallen uns leider nicht mehr ein Irgendwie waren da noch welche, aber KP Jedenfalls haben wir jetzt das Fragment Und das Hühnchen wird befreit Es ist genau da, wo ich vorhin war Dankeschön, Spiel Im Wald, äh, im Thyloria Wald Ja gut, da kann ich dann auch nochmal später hin Und dann Hier oben der Hund Der war auch noch wichtig Genau Und eine Katze war noch wichtig, glaube ich Ich glaube, die Katze hatten wir aber schon Da hatten wir was anderes als Fragment Echt? Ja Irgendwie war es noch So, jetzt ist die Frage Geht der Hund auch weg? Nee, scheiße Oder? Wusstet? Okay, das ist kurz vorm Ziel Nein, ich bin er, der geht nicht weg Hat er nicht im Minish noch, ähm Ein grünes Fragment? Wollte ein grünes Fragment, meinst du? Ja Ja, deswegen Ich weiß aber nicht mehr welcher Hier ist einer, der ein Fragment wollte Ah, der war das Ja Oh, umso besser habe ich ja auch gefahren Komm, irgendeiner muss doch den Hund wegmachen Oh, das ist bei der London Farm, glaube ich War das die, die Truhe? Ja Erzähl mich nicht Wer macht denn den Hund weg? Hm, gute Frage Aber wir brauchen das Item, um weiterzukommen Hier, wollt nur ein Erwart Er wollt auch so ein grünes Fragment Hä? Und der öffnet uns hier hinten eine Truhe? Wo ist das denn? Ja, in der südlichen In der Nähe des Hauses war das Hm, hier haben wir noch einen Ja, das ist ja Okay, war aber auch das letzte Fragment dazu Und wir haben Dann wird es schon schwierig Wenn Schloss Heilwohn ist das Ja, gut ist eine Schlange Hm Gut ist ein Monster im Schloss Heilwohn Das finde ich gut, ne? Die Goldenen bringen uns leider nur Rubine ein Dementsprechend ziemlich nutzlos Leider Ja Der Verkäufer wollte ja nix, ne? Ne Obwohl kann sich nochmal zurückverwandeln Vielleicht will einer von den anderen was Aber da hatten wir eigentlich alle nachgefragt Äh, die können irgendwann wieder irgendwann mal was kriegen Vielleicht Da Der will noch ein Fragment Und zwar ein grünes Sehr schön Das haben wir wenigstens Hm Der Glücksbeutel Ich könnte euch nicht vorstellen Wie lange euer Christian hier saß Und vor euch gefarmt hat Sieben Jahre Oh, ich weiß wo das ist So, du bist fertig Dann weiter gucken Halt, als kleiner Link Oh, du blöde Oma, Alter Aber somit haben wir den Beweis Dass die ja nicht niedertrampeln können Ne, die nervt nur beim Laufen Die Katze haben wir schon Aber es gab ja noch irgendwo ein Tier, glaube ich Hm Ne, du willst auch nix Oh, ob du vielleicht Das Tier war noch Nein Da haben wir nix mehr Schade Das hat Christian mit Absicht gemacht, Leute Damit dir Like, Abo und die Glocke da lässt Ihr könnt kotzen Ein Tier fehlt noch Ja gut, Leute Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Äh, ich werde es wahrscheinlich farben Oder was auch immer damit machen Ebenfalls, ähm Hoffe ich, dass es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like da Und um nichts mehr zu verpassen Abonniert den Kanal Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis denne Und schau Tschüss